mein live stream bei max anzen am kanal mit max an laurin laurin sagt mal hi geht ein bisschen lauter ja seht ihr er ist bei mir am kanal macht mit mir live stream wir machen heute sind diesen fahrer in starken regen draußen wie ihr seht alter boah spiel splitz dann alles ja bei mir sieben minuten wie ihr seht und ja ich zeig euch die geilsten skin ever schon leute bei der post 5 er hat sich die er hat wirklich auch ja auch immer ein bisschen mit der blauen leuten draußen genau minuten über 6 minuten und 50 sekunden ok er wird zuerst sein wie ihr seht lasst bitte ein like ich brauche 2 millionen abonnenten weil ich schon 10 habe kriegt ihr alle von mir ab 10.000 wie und schreibt einen kommentar und bitte oh mein gott digga ich bin gerade ein bisschen aber auf tablet geht fort weit verstehe ich nicht ja genau wir müssen alle auf die fresse schlagen dass sie mal ein bisschen kam und die sind sowas von respektlos sie müssen wir müssen okay ich gebe euch eine ankündigung es wird um 11 uhr oder um 12 muss ich zum arzt ich auch so ich mache ich verspreche euch der live stream wird am nächsten sein um 13 uhr 45 ne um 13 uhr 40 ich wiederhole es nochmal 13 uhr 40 und tschau meine freunde bis später